Proloxie. Was ist Proloxie? Betrug? So einfach. Nichts ist echt, alles ist nur eine Show. Ihr Geld ist weg. Aber wenn es weg ist, haben Sie dann eine Chance, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen könnten. Die Chance ist besser, als Sie sich das vorstellen können. Wenn Sie wissen möchten, wie das funktioniert, dann schauen Sie sich dieses Video bis zum Schluss ab. Da verrate ich Ihnen, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können. Hallo, ich bin Angegern, Anwalt Jochenresch zum Thema Proloxie. Das ist eine große Show gewesen. Ein Theaterstück. Ihnen wurde eine große Nummer vorgespielt. Kein Cent von Ihrem Geld ist jemals investiert worden. Alles ist gleich in die Taschen der Betriebe geflossen. Jetzt werden Sie sich fragen, was soll Sie denn jetzt machen? Manche gehen zur Polizei. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber eine Stabanzsäcke führt nicht dazu, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen. Eine Stabanzsäcke dient der Bestrafung der Täter. Gut so, wenn Sie dann tatsächlich mal erwischt werden. Aber Sie wollen doch Ihr Geld zurück, oder? Wir verfolgen die Schwur des Geldes und wir haben damit mehr Erfolg, als Sie sich das vorstellen können. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur war anders. Heute kann man das ergänzen. Wenn man die richtigen Werkzeuge benutzen kann, Hightech, dann kann man Geld digital verfolgen, auch wenn es Kryptowährungen sind. Wenn Sie mehr wissen möchten, rufe Sie mich gerne an oder 030885 9770 oder gehen Sie auf unsere Webseite. Fangen Sie mit dem Link. Lehen Sie den Artikel dazu. Und Sie finden dort auch einen Fragebogen. Füllen Sie den Fragebogen aus. Sie bekommen dann für uns eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen konkret, was wir machen und was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann alle Fakten, alle Erkenntnisse, alle Informationen, die Sie brauchen, um die für Sie richtige Entscheidung zu treffen. Am Ende werden Sie selber entscheiden wollen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.